Zum Einblenden klicken Sie zuerst in das Diagramm und dann auf dieses Symbol. Jetzt haken Sie Gitternetzlinien an. Je nach Diagrammtyp können Sie nun für jede vorhandene Achse zwischen verschiedenen Varianten wählen. Das Hauptgitternetz ist nur die Grobeinteilung. Das Hilfsgitternetz verfeinert Sie. Achtung! Ein Diagramm soll komplexe Informationen auf einen Blick transparent machen. Weniger ist mehr. Lametta hat hier nichts verloren. Damit meine ich optischen Firlefanz, der einen Weihnachtsbaum zurecht verziert, aber für ein Diagramm so wichtig ist wie eine dritte Schulter für den Durchschnittsmenschen. Fragen Sie sich in Zukunft einfach, welche Botschaft haben diese Gitternetzlinien? Wenn Sie keine überzeugende Antwort darauf finden, blenden Sie sie aus. Das war das. Das war das, was Sie nicht. Das war das. Ich habe nicht. Ja, das war das, was ich nicht. Ich werde nicht. Vielen Dank.